Herzlich Willkommen bei einem neuen Let's Play Path of Exile. Ich begrüße euch recht herzlich. Mein Name ist Ocomic und ich hoffe ihr seid meine Ocomic Buddies, meine Abonnenten, Freunde. Und haltet mit mir zusammen auf dem Weg durch Wireclass, wo wir uns den Weg freikämpfen müssen. Ein Exzellent sind, der vom Schiff in die Meere gestoßen wurde und überlebt hat. Und jetzt versucht hier die Geheimnisse der Insel zu erforschen. Wir müssen da landen, denn da oben scheint eine rote Tür hindurch bis jetzt auch noch gar kein Elite-Gegner oder so gewesen, sondern nur die einfachen blauen Gegner, die ja auch ein paar bessere Gegenstände droppen, wie wir gesehen haben. Das schöne Amulett. Die Mudflats. Ich glaube hier müssen wir hin. Ja, die Mudflats ist es glaube ich gewesen. Oder bin ich jetzt falsch? Ja, ich bin falsch, oder? Ja, wir sind da raus, wo wir reingegangen sind. Superrior. Gut, dann war doch hinten der Ausgang richtig gewesen. Wir sind Level 8. Schon auf 66% wieder. Haben uns also fleißig vorangekämpft gehabt in den letzten Folgen. Wie gesagt, durch einen Charakter-Vibe sind wir ja leider wieder zurückgesetzt worden. Ist aber ja nicht so tragisch. Man kann es ja einfach nochmal machen. Auch unsere Gegenstände haben wir verloren. Aber dafür haben wir wieder ein paar gute Gegenstände gefunden. Also wir haben sogar schon einen legendären Gegenstand, einen raren Gegenstand sozusagen gefunden. Also einen braunen, sag ich mal. Einen braunen Gegenstand. Was ja auch immer sehr großer Zufall ist. Und wer sich das gefragt hat, ja. Auch die Gegenstände, mit denen man seine Rüstung und seine Schwerter und alles mögliche verbessern kann, können hochwertiger sein als andere, die man findet. Also Kripparian, der hat da letztens eine Tabelle gehabt, wie viel jedes dieser Orbs und Objekte, die man tauschen kann. Das sind ja die Sachen, mit denen man handelt, anstatt Gold. Und da gibt es wohl eine Tabelle, die man sich ansehen kann. Wenn ich die finde, die Tabelle, dann stelle ich die natürlich gerne hier als Link mit unten in die Beschreibung rein. In der Hauptsache, ich vergesse es nicht. Sollte ich es wiedererwartend vergessen haben, dann schreibt es doch kurz in die Kommentare. Wird sofort, was heißt sofort, aber wird so schnell wie möglich immer nachgeliefert dann. Sofort geht ja nicht. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht den ganzen Tag nur online und zock hier rum. Wäre ja auch ein bisschen schade für den Tag. Muss ja auch mal andere Sachen machen. Wie zum Beispiel Arbeiten oder Einkaufen fahren, Zeichnen, Bücher schreien. So. Bam, bam, bam. Bam, bam, Bigelow. Gefällt mir gerade so der Zeit. Ach, Leute. Ihr wisst es doch besser. Ihr braucht mich doch nicht anzugreifen. So. Und. Noch ein Rundumschlag. Also der Rundumschlag hier, den wir hier haben. Wie heißt der nochmal? Das Sweep. Wenn ihr den finden solltet, dann rate ich euch, den auch zu benutzen. Denn, wie ihr seht, kann der sehr hilfreich sein. Haben wir hier noch irgendwas? Ich dachte vorhin, ich hätte noch eine Kiste aus dem Augenwinkel. Er spät. Aber. Das war dann wohl nicht. Ach, nein. Schon wieder ein Spawner. Die Spawner auf jeden Fall zuerst töten. Sonst spawnen hier immer weiter. Wie gesagt, diese Viecher hier. Und in den späteren Leveln spawnen die, glaube ich, auch nicht nur diese ekligen kleinen Viecher, die man so einfach töten kann. Sondern noch andere. Und das Tolle ist ja, jetzt wo die Open-Beta-Phase gerade begonnen hat, haben die Entwickler auch ein neues Level fertiggestellt, was wir dann auch mit hier zocken können in dieser Beta-Phase, in der Open-Beta-Phase. Ähm, das heißt, sozusagen ein Level mit Charakteren oder Gegnern, was ich selber auch noch nicht bezockt habe bisher. Da bin ich schon ganz gespannt drauf, was sie sich da haben einfallen lassen. Und hoffe ja, dass es was richtig Tolles ist. Ja. Sweet. Um nicht zu verwechseln mit Sweet. Lassen wir uns erst mal rankommen und dann. Yay. So. Und da ist noch so ein Spawner, das habe ich ja schon fast erwartet. Ach, und da sind noch mehr Spawner, deswegen tauchen hier auch so viele Viecher auf. Äh, nicht vergessen, immer mal so einen Heiltrank zwischendurch zu schlucken, weil wenn man das vergisst, dann stirbt man meistens bald. Das seht ihr vielleicht nicht so groß aus dem Augenwinkel, aber, äh, oftmals drücke ich hier einfach 1, 2, 3, 4 hintereinander weg, um dann meine Lebenspunkte aufzufüllen. Dadurch, dass die Viecher hier sterben, sieht man das meistens nicht so wirklich, oder nicht so gut, sag ich mal. Denn, äh, durch das Sterben von Gegnern werden ja die Life- und Manaflaschen wieder aufgefüllt. Das ist doch schwierig, äh, das Spiel, wenn man das erf... Oh, ein Orb. Äh, wenn man dann das Spiel auf Englisch spielt, dann, äh, auf Deutsch groß immer zu kommentieren. Man rutscht dann so einfach ins Denglische mal rein und, äh, erzählt dann auch einfach mal was Englisches zwischendurch. Ich meine, warum sollte ich jetzt auch einfach immer Scroll of Wisdom übersetzen, mit Rolle der Weisheit, wenn doch, äh, ihr auch auf dem Monitor seht, was da angezeigt wird, also Scroll of Wisdom. The Ledge. Müssten wir da hin, zum Ledge? The Ledge. Enduring The Ledge. Dann entern wir mal The Ledge. Oh, The Ledge lädt. Ah, ja, hier sind wir wieder. Das letzte Mal sind wir auch hier rausgekommen. Ah, wie ihr seht, äh, auch die Random Map. Das letzte Mal ging es links lang, diesmal geht es rechts lang. Und hier haben wir natürlich wieder unsere Untoten. Ach, und sind auch gleichzeitig ein Level aufgestiegen. Was natürlich sehr gut ist. So, jetzt gibt's erstmal auf die Mütze. So Untote kann man am besten, glaube ich, auch... Jetzt gehen wir mal auf Stärke. Denn ich möchte ja eigentlich hier rüberkommen. Damit wir auch richtig gut austeilen können. Und dann können wir hier auf dem Skillbaum eventuell weitermachen. Oder können uns entscheiden, dann eventuell hier lang zu gehen. Zu den Mace Damage. Also diesen Hammer-Sachen. Deswegen würde ich auch gern, wie gesagt, die Hammer benutzen. Weil wir hier gleich am einfachsten drüberkommen wären. Bei dem Skillbaum, den wir so angefangen haben. Man kann natürlich auch auf Äxte gehen. Jetzt, wo wir eine Axt haben, können wir auch sagen... Ach, naja, gehe ich mal im Skillbaum eher auf Äxte. Aber dann findet man nachher natürlich wieder den ultimativen Hammer oder sowas. Ach, der war noch nicht tot. Entschuldigung, mein Fehler. Oh, wo geht's denn hier lang? Orb of Augmentation. Also wieder ein Orb gefunden. Also es freut mich ja immer, wenn wir Orbs finden. Und jetzt ist irgendwo ein Ring gedroppt. Das habe ich gehört. Portal Scroll. Ein Power Ring. Ein Ring der Power. Ein Power Ring. Ich habe die Power. Maximum Mana. Wir haben auch 24 und hier haben wir Leben. Wir haben auch schon 20. Also es ist nicht so gut wie der, den wir eh schon haben. Jetzt müssen wir uns mal auf der Karte ein bisschen umschauen. Achso, ja. Gerade nochmal in die Optionen reinschauen. Also hier kann man auch verschiedene Sachen einstellen. Und hier kann man auch einstellen. Always show sockets. Das ist dann, dass euch immer die Sockel angezeigt werden von den Items. Key pick up. Items can only be picked up, wenn the item highly key is down. Also, dass ihr nicht aus Versehen Items einsammelt. Das kann man auch einstellen. Auto equip. Also wenn ihr was besseres findet, dann wird es automatisch. Full Description. Live Mana Level. Corpse Targeting. When Key Held A. Always Enable. Hide Global Chat. Hide Trade Chat. Mouse Wheel Zoom. Ja, hier, wie gesagt, verschiedene Sachen, die man einstellen kann. Den Sound, die Grafik nochmal. UI, die Game Dingens. Close. Und ja, wir gucken mal, hier sind wir. Und da wollen wir eigentlich hin. Und da sind wir, glaube ich, hergekommen. Und hier muss auch irgendwo auf dieser Karte ein Wegpunkt sein. Wo wir uns dann wieder porten können. Und dass wir dann nicht wieder immer die ganze Zeit durch diese Höhlen latschen müssen. Den suchen wir jetzt. Chest. Barrel. Noch ein Barrel. Noch ein Fässchen. Oh, noch eine Kiste. Was ist denn da drin? Überraschung. Oh, I cannot carry this. Warum nicht? Und warum gebe ich mich da eigentlich so rein? Einfach, um das hier zu machen. Ach, der fällt nicht einfach um, oder was? Kann ruhig wahr sein. Habe ich hier extra so auf Stärke gerade einen Punkt verteilt. Was haben wir denn? Die Plate? Die hatte ich noch nicht identifiziert. Okay, wir benutzen einfach mal eine Portal Scroll. Und verkaufen ein bisschen was. Beziehungsweise legen noch was ab. In die Kiste des Grauens. So, das ist ja das Schöne. Man kann jederzeit immer wieder zur Stadt zurück, selbst bei Bosskämpfen. Und warum man das bei Bosskämpfen manchmal machen muss. Weil es notwendig ist. So, den wollte ich eh ablegen. Ich habe nur eine Rolle von der Weisheit. Also ein Scroll of Wisdom. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ja auch schon einen guten, ne? 9 bis 14, 11 bis... Ja, hier haben wir es noch nicht identifiziert. Naja. So viel besser war ich jetzt auch nicht. Ah, hier sieht man auch die verschiedenen Spieler, die hier sich rumtreiben. Sell Items! Ach, schade, aber es ist halt nicht so besonders hier. Plate-Wars. Den haben wir schon identifiziert. Müssen wir ein bisschen mehr bekommen. Ja, der sieht gut aus. Und den Ring, den brauchen wir auch nicht mehr. Also, die Gauntless, die Handschuhe haben wir ja auch noch. So. Stash. Den haben... Ja, das haben wir gefunden. Den Orb of Augmentation. Enchants a magic item with a new random property. Also, das heißt, wenn wir hier einen magischen Gegenstand haben und sagen, oh, das gefällt uns aber nicht so, was der jetzt hier an Fähigkeiten mit uns sich bringt, können wir das auch benutzen, um neue magische Fähigkeiten zu verteilen. Allerdings kann man sich die nicht aussuchen, sondern die sind dann auch random erzeugt. Orb of Transmutation. Upgrade a normal item to a magic item. Also, das ist so ähnlich, wie wir das schon mal gemacht haben. Bloß, dass wir hier das nur in ein blaues item sozusagen verwandeln können und nichts höherwertigeres. Was ja bei dem anderen die Möglichkeit beinhaltet hatte, dass wir gefunden haben, diesen einen Orb, auf einer random rarity. Also, das heißt magisch, rare oder legendary hätte dabei auch rauskommen können. Was haben wir hier? 2,4, 2,9. Das können wir austauschen. Dann verkaufe ich das nämlich. Sell. Your offer. Ja, meine offer. Hier. Ah, nein, nicht chill. Ah, abgebrochen. So, accept. Aber wir können auch Items kaufen. Ihr seht, da sind auch Orbs dabei. Da sind auch diese Sachen dabei, die euch helfen, euren Charakter zu verbessern. Zum Beispiel hier. Und da seht ihr ja schon die Währung. Dieser hier kostet 4 Orbs of Augmentation. Also, das heißt, der hier ist einer davon oder 4 davon sind 1 davon wert. Das war das, was ich vorhin oder im letzten Let's Play schon mal erzählt habe, dass die unterschiedliche Eigenschaften haben. Für das brauchen wir nur 7 Portal Scrolls. Also, das ist einer der wenigsten Sachen. Ja, hier müssen wir 4 von denen sozusagen dafür bezahlen und so weiter und so fort. Deswegen lohnt es sich halt immer, diese Sachen zu sammeln, damit man dann später mal das in bessere umtauschen kann. Und es beinhaltet übrigens auch das Spiel die Möglichkeit, Karten zu finden für das Endspiel, wo man sich dann selber Karten zusammensuchen muss, über die Level verteilt. Da gibt es dann so eine Art Portal Generator, wo man dann Karten reintun kann, die man während des Spiels dann gefunden hat. Und in diesem Portal Generator werden diese Karten random erzeugt. Und von diesen Karten, die kann man auch upgraden. Also so die, zum Beispiel auf Legendary oder Magisch und dann verschiedene Sachen, zum Beispiel mehr Gegner. Aber warum sollte man mehr Gegner wollen und so weiter, fragt ihr euch. Natürlich, um mehr zu plündern. Und man kann auch teilweise einstellen dann, beziehungsweise wenn man Glück hat, das so weit upgraden, dass es dann sagt, nicht nur mehr Gegner, sondern auch mehr Items oder mehr Elite-Gegner, schwerere Gegner und so weiter und so fort. Und da kann man diese Maps, die sind ja auch random erzeugt, kann man dann immer wieder neu durchspielen und immer mehr Items finden. Und das ist eigentlich auch das, was die Pro-Gamer dann machen, wenn sie dieses Spiel auf allen Schwierigkeitsstufen durchgespielt haben. Holen sie sich diese, oder haben sie diese Karten und spielen die dann immer wieder. Und upgraden die immer höher und besser, dass es immer schwerer wird. Und je schwerer es wird, desto bessere Items finden die natürlich. Und ja, lasst euch das mal bei Creeperion, schaut euch das mal an. Der hat das ja schon gemacht. Ich bin ja hier nicht so der Pro, ne? Würde es zwar auch gern sein, aber mir ist das dann einfach zu schade, da 24 Stunden am Tag durchzuzocken. Habt besseres zu tun! Ah. Ich weiß aber nicht, ob man nur draufgehen muss, um es zu aktivieren, oder ob man es benutzen muss, damit man es für immer da hat. Bin ich mir immer nicht so hundertprozentig sicher. Ach, wir... Ah, sagt mir das doch! Mensch, wenn ich einmal da bin... Kann ich das auf meinen Quest gleich abgeben, dass ich diese Kappe getötet habe? Und dann kriege ich bestimmt was dafür. Granddaddy Crab! Ja, wir haben sie getötet! Äh, Pity! Na, nein! Ja, schade, dass ich es nicht noch extra für euch hochgeschleppt habe, ihr Pfeifen, ey! Ah, dafür sind wir gerade ein Level aufgestiegen und sind jetzt Level 9! Und wir haben nichts dafür bekommen, naja. Aber dafür können wir weiter halt Fähigkeitspunkte verteilen. Nice, nice, nice! Wieder auf Stärke, damit wir dann hier rüberkommen zur Resolute Technik, damit dann keiner mehr so wirklich ausweichen kann unseren Schlägen. Und wie es denn weitergeht mit unseren Quests, das seht ihr beim nächsten Let's Play. Bis dahin, tschüss! Ich habe gar nichts Bekanntschaft mit den Lesern machen. Ui, ui, nein! Was war das denn? So hatte ich mir das sowieso vorgestellt. Ich wollte einfach mal zeigen, was passiert, wenn der Becher umfällt. Habt ihr euch sicherlich schon gedacht. Ja, das war auch mit uns schon gedacht, aber...